ja mohen leute willkommen zu einem neuen video mein name ist chris und heute zeige ich euch die ersten phasen mit meinem wagen ich habe ihn endlich abholen können also bleibt dran es ist ein bisschen spannend geworden ob ich den wagen überhaupt anmelde ob ich den wagen überhaupt noch nehmen ob ich ihn platzen lasse woran das lag wird jetzt also dienstag kamen die unterlagen an der ganzen pp-kram war hier bei mir postkasten vom autohaus amine das ist hier der laden wo ich die karre gekauft habe der verkäufer der im brief steht fahrzeugschein und auch auf dem kaufvertrag ist eine privatperson die mit dem autohaus nichts zu tun hat da kriegt man schon mal die ohren ein bisschen spät sind da ist was könnte was im hagen sein im busch sein dann dachte ich mir okay ich fahre donnerstag zur zulassungsstelle die haben aus der klang eraufen läuft bei mir auf der zulassungsstelle habe ich erfahren dass der wagen mit seiner lkw mit seinen lkw unterlagen nur eine gelbe plakette bekommt eine gelbe feinstaub plakette auf der exposé in der hat es in der scheibe drin lag und auch auf autoscout stand aber hier die grüne plakette die grüne grüne feinstaub plakette also habe ich dann mal flott angerufen bei dem typen sagte nö wieso kein problem wieso sollte der keine grüne kriegen also ich hatte jetzt den leichten verdacht dass da irgendwas faul ist es hatte sich schon verzögert mit den tüv gutachten weil eine abe nummer fehlte eine zulassungsnummer für zusatz anbauteile für den wagen das ging wahrscheinlich es ging wahrscheinlich um die laderaum abdeckung der ding der wagen sind ja zu das ist kein offener pickup sondern hat hinten was um die ladefläche drumherum ein dach und extra luke dafür füllte die abe nummer deswegen hat er kein tüv bekommen das vermute ich zumindest so denn jetzt bei der abholung konnte mir der typ auch keine abe nummer zeigen keinen schein dass das ding wirklich abgenommen zugelassen ist und wegen dieser fehlenden abe für die abdeckung hinten habe ich den wagen erst mal nicht zugelassen und auch weil dieses mismatch da war diese komische frage warum kriegt er jetzt eine grüne warum kriegt er eine gelbe kriegt überhaupt eine wenn ja welche das nicht klar war habe ich am abstag gesagt nee stopp ich melde den wagen heute nicht an eventuell muss ich den die platzen lassen irgendwas ist da faul und habe dann noch mal angerufen habe versucht das zu klären habe noch mal zwei nicht darüber geschlafen und bin dann aber trotzdem hingefahren und zwar heute heute ist abstag morgen kommt es wieder raus also für euch gestern bin ich nach eschen trotzdem gefahren habe mal einen kumpel eingepackt ich zeige euch zwischendurch natürlich hier noch ein paar clips wie es gelaufen ist wie die tour war also wir sind mit öffentlichen verkehrsmitteln erst mal gestartet richtung frankfurt da zum hauptbahnhof also soweit alles okay kein problem und in frankfurt in der ICE Richtung Dresden bis nach Bad Hersfeld der wagen der zug hatte war 20 minuten verspätung er ist einfach zu spät losgefahren keine ahnung woran das lag auf jeden fall habe ich meinen anzugsschluss verpasst in Bad Hersfeld wäre dieser Zug nur einmal in der stunde das heißt ich hatte umsteigezeit circa zehn minuten 20 minuten verspätung hatte ich habe meinen zug um zehn minuten verpasst und durfte 50 minuten in Bad Hersfeld rumgabbeln ich habe das beste daraus gemacht wir sind in die stadt ein bisschen rein marschiert und haben uns in den Döner organisiert ja gut schon drüber Verlässlichkeit der wagen brauchen wir nicht drüber reden aber auf jeden fall ging es dann mit ein bisschen Verzögerung weiter also wir sind dann halt angekommen in Eschläge sind dann noch ein stück zu Fuß gelaufen das war nicht weit vom Bahnhof aus und ein bisschen wir sind gleich da wir haben dann sind wir natürlich einfach direkt mal los gesprittet mit dem wagen als wir alles eingetötet hatten wir hatten die kohle hingeblecht die letzte die letzte fehlende kohle war alles ein teurer Spaß zu Hause als ich hier zu Hause wieder angekommen bin habe ich das gute Wetter genutzt werden super tolles Wetter heute blauer Himmel Sonnenschein Herbstwetter also warmes Herbstwetter sehr warmes Herbstwetter schönes Laub im Hintergrund super ich habe ein paar Bilder gemacht ich zeige euch zwischendurch ein paar Sachen auch was jetzt die abdeckung hinten angeht worum es da geht zeige ich euch hier ihr seht der wagen steht bei mir jetzt hier im Hintergrund ich habe heute doch mitgenommen ich hätte erst bedenken ob das heute klappt mit dem abholen und ob wir uns da einig werden mit den ganzen Schwierigkeiten die es zwischendurch gab aber ja ihr seht es ich habe ihn abgenommen war alles nicht so wild alles wird alles und ich zeige euch mal ein paar Eindrücke ringsherum warum ich heute so bedenken hätte ob das passiert denn der Händler ich weiß nicht wer es gemacht hat hat TÜV gemacht für diesen Wagen neuen TÜV drauf allerdings hat er für diese Abdeckung hier keine ABE Nummer die konnte er mir nicht mitgeben deswegen frage ich mich wie hat er den TÜV gemacht ich denke das wird den TÜV interessieren was da hinten drauf ist ich werde mir versuchen die ABE dafür zu organisieren aber wenn ich die nicht bekomme glaube ich ist das nicht so schlimm denn das hinten alles kommt ja eh weg früher oder später eher früh ja und die Abdeckung hinten der Laderaum ist eigentlich ganz cool eigentlich schade darum das Ding wegzutun ich zeig euch mal was kurz zu gestatten es ist es fast schade darum dieses Dach hier diesen Überbau diese Abdeckung in die Tonne zu kloppen ich finde die eigentlich ganz cool aber kommt trotzdem weg und ich habe jetzt gerade hier man sieht es ein bisschen ich bin hinten mal ich bin in die Lade vielleicht hier reingeklettert hier schau mal weil das Ding hat ja sogar klemmende klemmende Schiebefenster in der Dachhimmel bläuch also das Licht ist gerade schlecht nicht mal so so ist es nicht besser hier zum Thema Licht es gibt Licht und hier ihr habt es schon gesehen und es ist ein bisschen schwierig gerade hier zu rentieren muss ich zugeben denn mein Akku ist leer und ich habe die dicke Powerbank wieder drangemacht ja das ist gerade mein eigentlicher Akku damit kann man übrigens ich glaube zwei oder drei zwei händiges zeitgleich laden und ich glaube das sind drei Ladungen möglich insgesamt bevor die Powerbank wieder leer ist nur so 24.000 milliampere stunden und hier noch ein kleines Goodie ich habe die ausprobiert jetzt hier ein Laufstellfenster noch mal von außen das ganze also hier das ist ja die Laderäumabdeckung die wegkommen soll hier mit Schiebefenster eigentlich ganz cool nach Gepäckträger dabei ich bin extra ein bisschen in die Wiese gefahren und ein bisschen schräg an die Böschung da und den Weg wieder hoch leider habe ich es nicht mehr geschafft so richtig den Wagen ins Gelände zu fahren aber das kommt schon noch dadurch könnt ihr euch darauf verlassen ich werde zeitnah sobald wie es geht den Wagen mal richtig ran nehmen mal gucken was er kann ja und was wäre denn das Problem gewesen aus meiner Sicht also die AB Nummer für die Abdeckung hinten hat gefehlt ja gut ist nicht ist nicht okay eigentlich aber ich werde das Ding eigentlich nicht behalten das Ding soll ja runter und die Plakette kann man in Ordnung bringen er hat jetzt eine LKW Zulassung und bekommt damit eine gelbe Plakette mit dem Wagen möchte ich ohnehin nicht durch die Stadt cruisen sondern ins Gelände fahren raus und teilweise auch ins Ausland ich will nämlich nicht durch große Städte fahren was soll das ich habe riesen Pickup mit einem großen Aufbau hinten drauf der passt eh nicht durch die engen Gassen von daher wäre auch eine gelbe Plakette für mich in Ordnung ich habe aber auch noch die Option einfach daraus einen Pkw zu machen ich könnte zum TÜV fahren gucken ob die mir daraus einen Pkw machen einen Pkw Schein dafür machen und ich das dann und ich dadurch dann eine grüne Plakette für den Wagen bekomme dadurch wiederum würde er in den Steuern natürlich ein bisschen steigen aber ich könnte damit auch in die großen Städte fahren in die engen Städte natürlich nicht mehr nach Frankfurt und sonst wo wo Dieselfahrverbote sind aber ansonsten alle anderen Städte die eine Umweltzone haben also habe ich mich dazu entschieden obwohl das ganze ein bisschen nicht ganz koscher klang habe ich mich trotzdem dazu durchgerungen den Wagen trotzdem zu nehmen denn alles was Sachen sind die faul zu sein scheinen sind für mich nicht wirklich relevant manch anderer würde sich dafür in die allerwertesten beißen oder es sein lassen aber in meinem Fall was ich damit vorhabe ist das irrelevant bin ich auch schon vorher klar ich bin ich den ersten Wagen gebraucht gekauft ich habe schon andere Typen gesehen die den Rost unten an einer Tür abkratzen und mit dem Lackstift grob drüber pinseln und sagen hier die Karre ist rostfrei läuft bei mir ne ja ich habe natürlich zwischendurch noch nachgefragt als wir dann da waren woran denn eigentlich der TÜV so gescheitert ist am Anfang warum das so lange gedauert hat also da ja irgendeine ABE hat halt gefehlt aber keine Ahnung das hat natürlich der Typ gemacht der in dem Schein drin steht mit dem ich den Kaufvertrag abgewickelt habe damit hat das Autohaus natürlich gar nichts zu tun ich habe zwar von denen jetzt die Nummernschilder bekommen um den hier hinzubringen der Nummernschildträger steht das Autohaus drauf der Briefkopf der Umschlag von dem ich mit dem ich die Briefe den Fahrzeugbrief den Schein und sowas bekommen habe steht auch das Autohaus drauf der Verkäufer war heute bei der Geldübergabe gar nicht da nur die Jungs von dem Autohaus ähm kann natürlich alles blanker Zufall sein kann auch natürlich sein dass der Herr gar nicht dass das halt wirklich ein Auftrag war dass er keine Zeit hatte oder keinen Bock hatte das selber zu managen könnte natürlich aber auch sein dass das andere Gründe hatte aber wir wollen da niemandem was unterstellen was wir nicht beweisen können ähm für mich hat sich aber herausgestellt jetzt mit den ganzen Recherchen mit den Probefahrten und den vielen vielen Gebrauchtwagenhändlern mit denen ich zu tun hatte dass das ein ganz besonderer Schlag von Mensch ist der mit Autos handelt also was Zuverlässigkeit angeht Ehrlichkeit manchmal auch ähm man sollte auf jeden Fall gut aufpassen alles doppelt prüfen und nur die Hälfte glauben so viel dazu da habe ich jetzt während wir den Wagen abgeholt haben während der Geldübergabe und dem ganzen drumherum äh leider nicht so viel gefilmt hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gemacht ähm war aber leider nicht gerade so möglich ich war zu viel zu sehr konzentriert auf das was da jetzt lief war ein bisschen zu wichtig und ähm von daher leider jetzt keine keine großen Eindrücke von dem Autohaus ähm wer mit einer gesunden Portion Skepsis und gesundem Menschenverstand drangeht äh ist da eigentlich ganz gut aufgehoben ähm bei dem Autohaus in der Schwege äh die haben eine ganze Reihe Pickups wenn man sowas sucht wenn man dasselbe vorhat wie ich vielleicht ne was nachmachen möchte sich ein Pickup kaufen und was draus bauen äh die haben da immer eine ganze Reihe Pickups auf dem Hof stehen versucht euch das Richtige raus guckt dass die Karretordnung ist und dass die das drumherum auch passt ne äh dass da kein dass da keine Unstimmigkeiten sind dass da keine Missverständnisse entstehen und dann könnte man da eigentlich zu guten Preisen was kaufen ja und im nächsten Video wird es dann auch mal um das Thema Feinstaubplaketten, Diesel, Fahrverbote und dergleichen gehen alles was mich heute oder in der letzten Zeit mit dem Kauf meines Wagens beschäftigt hat was schief ging worauf man achten muss auch wie man rausfindet welche Feinstaubplakette für welchen Wagen wirklich ähm erlaubt ist und welche nicht darauf gehe ich im nächsten Video ein das ist eigentlich ein interessantes Thema gerade wenn es jetzt um Dieselfahrverbote geht so jetzt nochmal was anderes zwischendurch und zwar ihr könnt euch denken mein Hobby ist denkbar teuer ähm ne Karre kaufen, ne Karre umbauen und dann noch was hinten drauf basteln was nicht ganz typisch ist kostet nicht nur Zeit, es kostet auch Kohle ähm deshalb jetzt, ich hoffe das stört euch nicht zu sehr ähm ich werde unten drunter mal was rein verlinken ähm ein Affiliate Link ist das dadurch entstehen euch keine Umstände keine Mehrkosten wenn ihr die Sachen die ich euch da zeigen möchte darüber kauft wie zum Beispiel diese Powerbank die ich euch eben gezeigt habe hier habe ich sie ähm dadurch würde ich eine kleine Provision bekommen könnte mir dieses ganze Hobby ein bisschen mitfinanzieren ähm ich hoffe das ist okay für euch wenn ihr da keinen Bock drauf habt müsst das natürlich nicht nutzen ansonsten ich verlinke euch immer wieder mal was unten drin wie zum Beispiel hier meine Powerbank ist natürlich made in China ähm hat aber dafür 25.800 milliampere Stunden das sind 95,5 Watt Stunden wie ich in dem Video schon gesagt habe vorhin in dem Clip da kann man gleich zwei zwei Geräte zeitgleich aufladen und ähm ich meine es sind drei komplette Handyladungen die da innerhalb kürzester Zeit durchgehen dafür muss das Ding selber aber über Nacht ich glaube acht oder neun Stunden laden egal aber cooles Teil also also wenn euch das Video gefallen hat natürlich den Like da lassen abonnieren nicht vergessen falls ihr es noch nicht getan habt die ganz krassen unten auf die Glocke damit ihr nichts verpasst ansonsten freut euch das nächste Video nächste Woche und dann schönen Tag noch haut rein ciao 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 ciao